Frankia Now 7.0 L Son-Eindurchbruch im Wohnmobildesign Im Bereich der Reisemobile setzt der Frankia Now 7.0 L Sun Space & Light neue Maßstäbe. Durch Innovationen in der Raumgestaltung, qualitativ hochwertiger Ausstattung und einem nordischen Designansatz wird das Reisen mit diesem Fahrzeug zu einem einzigartigen Erlebnis. Frankia Now hebt sich von der Masse ab und überzeugt durch ein Konzept, das Licht und Raum auf völlig neuartige Weise interpretiert. Das nordische Design des Frankia Now vereint Funktionalität und Ästhetik. Klare Linien, helle Farben und eine harmonische Materialauswahl schaffen eine einladende Atmosphäre. Die Verwendung natürlicher Materialien vermittelt ein Gefühl von Heimat und Wärme. Die schlichte Eleganz des Designs zieht sich durch den gesamten Innenraum und sorgt für ein modernes und zeitgemäßes Ambiente. Reisen sollte einfach und angenehm sein. Der Frankia Now revolutioniert das Reisen durch intelligente und durchdachte Details. Klobige Bordkästen und unnötige Vorhänge gehören der Vergangenheit an. Stattdessen bietet der Now ein offenes Raumkonzept, das ein Gefühl von Freiheit vermittelt. Mit einer beeindruckenden Stehhöhe von 2,13 Meter können Reisende sich problemlos bewegen und das Gefühl von Weite genießen. Der Frankia Now ist ein Meisterwerk an hochwertigem Handwerk. Touch, See and Feel. Diese Philosophie zieht sich durch alle Aspekte des Fahrzeugs. Vom sorgfältig verarbeiteten Interieur bis hin zu den verwendeten Materialien. Alles strahlt Qualität und Langlebigkeit aus. Besondere Akzente setzen die organischen Formen und Oberflächen, die sowohl im Design als auch in der Haptik überzeugen. Der Now verzichtet auf unnötige Einschränkungen und bietet ein großzügiges Raumgefühl. Klare Strukturen und eine durchdachte Anordnung der Möbel ermöglichen eine optimale Nutzung des Innenraums. Reisende profitieren von einem intelligenten Stauraumkonzept, das den Alltag an Bord angenehm gestaltet. Abgerundet wird das Erlebnis durch den großen Garagenbereich, der ausreichend Platz für die Reiseutensilien bietet. Ein weiterer herausragender Aspekt des Frankia Now ist das visionäre Licht- und Sichtkonzept. Ob Spotlight oder sanfte Hintergrundbeleuchtung, die Verbindung von Funktionalität und Atmosphäre ist perfekt gelungen. Dimmbare Lichter erlauben es, den Raum je nach Stimmung oder Bedürfnis individuell zu gestalten. Das Licht wird somit nicht nur zur praktischen Beleuchtung, sondern auch zur Schaffung eines Wohnambientes. Der Frankia Now 7,0L wird auf einem Fiat Ducato-Tiefrahmen aufgebaut und bietet verschiedene Motorisierungsoptionen. 120 PS serienmäßig sowie 140 PS oder 180 PS auf Wunsch. Mit Platz für bis zu vier Personen, optional mit Habit, und einer Masse in fahrbereitem Zustand von 12280 kg, ist der Now perfekt für Reisen mit der Familie oder Freunden, der Frankia Now ist ein Paradebeispiel für Understatement. Er drängt sich nicht auf, sondern bietet viel Raum für persönliche Entfaltung. Die klare Struktur im Innenraum, gepaart mit verschiedenen modernen Styles, lässt jedem Reisenden die Freiheit, den Raum nach den eigenen Wünschen zu gestalten. Das bewusste Spiel mit Oberflächen wie schimmerndem Messing, weichem Samt und natürlichem Holz vermittelt ein Gefühl der Behaglichkeit, das man in einem Wohnmobil nicht oft findet. Fazit Der Frankia Now 7,0L Sun, Space & Light ist nicht einfach ein Wohnmobil. Es ist ein mobiles Zuhause, das mit durchdachtem Design und hochwertiger Ausstattung begeistert. Jeder Aspekt des Fahrzeugs ist darauf ausgelegt, den Reisenden ein Gefühl von Freiheit, Komfort und Stil zu bieten. Mit dieser Neuentwicklung ist Frankia auf dem besten Weg zum Influencer im Bereich Raum, Licht und Design im Reisemobil-Segment zu werden. Wenn Ihnen das Video gefallen hat, dann schauen Sie auch weitere Videos von uns, um nichts zu verpassen. Abonnieren Sie uns, um immer auf dem neuesten Stand zu sein. Ihr Team von Caravan & Cars